Und am Wort ist Peter Wurm von der FPÖ. Für Österreich beginnt und möchte heute vielleicht auch im Rahmen der Diskussion ganz kurz zum Konsumentenschutz und was auf EU-Ebene im Bereich Konsumentenschutz geplant ist oder welche Themen gerade diskutiert werden. Vielleicht ganz kurz ein Begriff, der in der EU momentan oder seit einigen Monaten sehr heiß diskutiert wird, New Deal for Consumers und unter diesem Begriff New Deal for Consumers gibt es einige sehr, sehr interessante Punkte, die ich vielleicht heute ganz kurz hier einmal erwähnen möchte. Es geht darum, dass man auf EU-Ebene im Bereich der Lebensmittelverbesserungen für Staaten schaffen will, die zum Beispiel gentechnisch veränderte Lebensmittel nicht in ihren Märkten haben wollen. Genauso ist ein Thema zu regeln, was mit geklontem Fleisch passiert, wie man das deklarieren, muss in Zukunft, im Prinzip kommt das Thema geklonte Lebensmittel oder geklontes Fleisch von Tieren immer mehr auch in Europa als Thema. Und auch hier muss im Sinne des Konsumentenschutzes eine europaweite Regelung gefunden werden. Auch ein wichtiger Bereich, es wird also neue Regeln geben im Bereich der unlauteren Geschäftspraktiken europaweit. Ein Thema, was also im Online-Bereich ganz, ganz wichtig ist und noch wichtiger werden wird, sind die Online-Marktplätze. Hier wird es ganz strenge Transparenzregeln geben in diesem Bereich. Auch ein Thema, was seit Jahrzehnten in Österreich ein Thema ist, und der Kollege Vogel wartet darauf schon, es wird im Rahmen der Europäischen Union natürlich auch diskutiert über Verbandsklagen. In diesem Bereich bin ich gespannt, wie die Frau Ministerin hier auch im Sinne der Konsumenten uns dementsprechend weiterbringen wird. Ein Thema, das also gerade für Konsumenten im Hinblick, ich verweise nur auf den VW-Abgaskandal, hier in Österreich auch für Konsumenten Verbesserungen bringen würde. Ja, dann auch eine Geschichte, die natürlich in der Bevölkerung sehr oft ein Thema ist. Das heißt, wenn die Waschmaschine so quasi einen Monat nach dem Ablauf der Gewährleistungsfrist kaputt wird, dieses Thema ist kein österreichisches Thema, sondern ein europaweites Thema. Hier plant die Europäische Union auch Regeln zu schaffen. Die könnten, sage ich einmal, jetzt weit her oder ein bisschen mit Fantasie versehen, vielleicht sowas wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum für Waschmaschinen und Geschirrspüle und Ähnliches sein. Auch hier hat man erkannt, dass es Ressourcenverschwendung ist und auch nicht im Sinne der Konsumenten ist, wenn quasi solche Güter nach einigen Jahren einfach geplant ihren Lebenszyklus erreichen. Ein anderer Themenbereich, der auch, wir haben es heute Vormittag vom Minister Hofer auch gehört, es tut sich natürlich im Bereich der, sage ich einmal, der Internet oder des selbstfahrenden Autos sehr, sehr viel. Und hier taucht die Frage auf und die ist auch zu klären, Wem gehören die Daten, die bei einem Smart Car, das heißt bei einem Auto, wo sehr, sehr viele Daten entstehen und immer noch mehr Daten gesammelt werden, wem gehören diese Daten? Gehören sie der Autofirma? Gehören sie dem Autofahrer? Und was passiert mit diesen Daten und wer passt auf diese Daten dementsprechend auf? Auch noch ein Thema, das vielleicht von Interesse sein wird für viele in Österreich, man hat auch auf EU-Ebene erkannt, dass im Bereich vom Smart Meter, das heißt der neue Stromzähler, datentechnisch doch einige Pannen europaweit passiert sind und hier denkt man auf EU-Ebene darüber nach, hier Nachschärfungen zu machen, damit das auch was Smart Meter Stromzähler betrifft, hier eine absolute Datensicherheit gewährleistet ist. Summa summarum, unsere Position im Konsumentenschutz, was Europa betrifft, ist eine unveränderte. Wir haben gesagt, es ist wichtig, in Europa Regeln zu haben. Ich sage aber auch, dass in der Vergangenheit viel zu oft unter dem Titel Konsumentenschutz Regeln von Brüssel gekommen sind, die in letzter Konsequenz nicht zum Nutzen der Konsumenten waren. Und hier werden wir uns auch einbringen mit der Frau Minister, dass also die Regeln aus Brüssel oder Verordnungen auch wirklich im Sinne der Konsumenten sind. Ein Thema, das wir vielleicht schon heute noch diskutieren möchten, eine ganz andere Geschichte, und zwar der Arbeitsmarkt. Die Frau Holzinger hat es ja erwähnt, seit einigen Monaten entwickelt, der sich Gott sei Dank positiv, die Arbeitslosigkeit sinkt in Österreich, soll auch weiterhin sinken. Ich nehme an, auch die neue Bundesregierung hat einen erklecklichen Anteil dazu beigetragen, um diesen Zustand positiv zu beeinflussen. Möchte aber doch schon sagen, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, ich bekomme leider Gottes immer öfter Reklamationen von Kunden des AMS, dass also die Behandlung der AMS-Mitarbeiter oder die Aussagen vor Ort eigentlich nicht mehr akzeptabel sind. Ich habe einen Fall mit, ich werde an die Frau Ministerin danach übergeben, wo eine 53-jährige Frau mir bestätigt, dass sie im April zweimal, und zwar am 4. April und am 16. April, von zwei AMS-Mitarbeitern, und zwar vom Berater und vom Vorgesetzten, folgende Aussagen bekommen hat, weil sie wollte eine Schulung haben, eine Umschulungsmaßnahme, und die Aussage war, Voteident bestätigt, es gibt kein Budget, wir bezahlen das nicht, man möge sich bitte bei der neuen blau-schwarzen Regierung bedanken. Auskunft, seit die neue Regierung im Amt ist, sind die Töpfe leer. Das wird beim AMS den Leuten, die eine Umschulung wollen, eine Weiterbildung wollen, mitgeteilt. Und das ist für mich ein Skandal, ein Skandal ersten Ranges. Und ich sage das ganz deutlich, und ich hoffe und bin überzeugt davon, die Frau Ministerin wird dem Einhalt gebieten. Was man dazu sagen sollte, ist ja Folgendes, und die Frau Ministerin kann es vielleicht erklären, dass im April 2018 noch nicht einmal eine budgetäre Änderung stattgefunden hat, weil die genaue Budgetaufteilung für 2018 erst jetzt, ab Sommer, erfolgen wird. Das heißt, diese Aussagen sind reine Propaganda von AMS-Mitarbeitern, um die Bundesregierung und in dem Sinne auch die Frau Minister schlecht zu machen und die Leute draußen zu verunsichern. Und da bitte ich mir eindeutig einen Schritt, und das AMS muss das unterlassen und hat für Österreicher vor allem die Maßnahmen zu setzen, damit die Leute auch in einen Job hineinbekommen. Zum Abschluss noch ein Thema, weil uns das auch natürlich auch in Zukunft beschäftigen wird, die Mindestsicherung. Ich habe es gesagt, ich bin vollkommen überrascht. Seit vielen Jahren thematisieren wir ja auch die Mindestsicherung. Und erstmalig hat im Gebiet Wien, also im Hochgebiet Wien, wo das immer explodiert ist die letzten Jahre, hat die Anzahl der Mindestsicherungsbezieher im ersten Halbjahr 2018 einen Rückgang gezeigt. Und zwar einen Rückgang um 8 Prozent zum Frühjahr 2017. Wenn man sich die Zahlen dann genau anschaut, und der Bericht liegt vor, kann sich jeder anschauen, dann haben wir einen Anstieg der Mindestsicherungsbezieher von Asylberechtigten und Subsidärschutzberechtigten um 12 Prozent und einen Rückgang bei österreichischen Mindestsicherungsbeziehern um 15 Prozent. Und die Erklärung, ich sage es noch einmal, ist für mich eine recht simple. Man kann mich vom Gegenteil überzeugen. Österreichische Bezieher der Mindestsicherung nützen derzeit die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt, verlassen die Mindestsicherung und sind wieder im Arbeitsprozess. Und das war immer die Grundidee der Mindestsicherung. Leider Gottes haben wir aber nicht österreichische Bürger in diesem Land, die viel lieber in der Mindestsicherung verbleiben. Und auch hier werden und müssen wir Maßnahmen setzen, um diese Entwicklung zu beenden. Danke. Sagt Peter Wurm, der FPÖ-Konsumentenschutz-Sprecher.